Hallöchen Leute, schön, dass ihr dabei seid. Eine kleine Ankündigung, und zwar, heute ist, wenn ich das Video gerade veröffentliche, der 1.1., also Neujahr 2018. Morgen am 2.1.2018 um exakt 18 Uhr habe ich vor, einen Livestream zu starten. Aber nicht hier auf Crying John's Go, bei mir, sondern woanders. Für die, die sich noch erinnern können, und für die, die neugierig sind, schaut doch mal vorbei. Dürfte interessant werden, denke ich mal. Wenn ihr also Bock habt, unten in der Beschreibung, gleich der allererste Link, bringt euch direkt da hin. Gespielt wird auf jeden Fall sowas wie... Player of the Battlegrounds, Rainbow Six Siege, ich denke mal ein bisschen Rocket League wird zwischendurch. Eventuell fange ich auch Dark Souls 3 nochmal schön an, um ein bisschen zu gucken, wie das so ist. Ektor wird auch mit am Start sein, er hat ja auch ein kleines Ankündigungsvideo gemacht. Also, schaut ruhig mal rein, ich erwarte euch, und dann sehen wir mal morgen weiter nach Community-Aktionen und sowas. Hau da rein, chattaau. Ich mach mich wieder. Untertitelung. BR 2018